Boah. Ey, weißt du, die Logik muss man einer verstehen, ja? Also diese etwas dunkleren, äh, nennen wir sie mal die Kackhaufen, genau. So diese Kackhaufen, ja, kannst du anspringen, ne? Aber dann, äh, verschwinden sie auf mysteriöse Art und Weise. Aber der helle Haufen, ja, also die Erde, die wir dann wahrscheinlich, oder dieses... Boah, das ist doch nicht mehr normal, ey, ganz ehrlich. So was nennst du einen fairen Schwierigkeitsgrad? Ah, so was nennst du einen fairen Schwierigkeitsgrad? Ah, ich krieg... Oh, nee, ey, Leute! Ah, eben hatte ich sie gerade. Ja, war ja klar, dass ich ihn wieder ein bisschen öfter treffen muss. Ja, haben wir es jetzt mal bald. Wie oft muss ich den denn noch treffen? Oh, ich krieg... Ich krieg hier noch ein... Oh, danke schön! Mann! Warppipe. Oh, wo kommen wir jetzt hin? Ach, wenigstens wieder schöne Musik. Und ich kann schon wieder nicht hier mir die Overworld anschauen. Nein! Scheiße, sag ich... Fuck. So. A Bramble Level. Okay. Oh, ja. Überhaupt keine Erinnerung irgendwie an... Wie hieß es nochmal? Äh, Mars Impossible Mission? Genau! Da durfte ich ja die Beta damals spielen, als ich noch ein scheiß Let's Player war. Ja, ich glaube, das war sowieso beabsichtigt. Ich wüsste jetzt nicht, wie man... Oh. Ja, ich weiß jetzt ganz sicher. Und sowas soll ich ohne Save-Stage spielen? Bist du irgendwie... Du bist wohl irgendwie als Kind mal auf den Kopf gefallen, oder? Ja, klar! Ah! Nee. Baa! Wie... Wie soll ich denn dem... Dem Scheißvieh jetzt ausweichen? Ey, hallo? Das geht doch gar nicht! Jetzt mal im Ernst, wie... Wie stellst du dir da... Oh. So vielleicht, ja. Oh, da muss man sich ja richtig beeilen für. Oh. Ich glaube, ich hoffe, dass ich die Feder nicht gebraucht habe. Oder dass ich sie nicht brauchen werde später. Oh, ist das zum Kotzen, ey. Fick dich! Fick dich! Und ich muss da nochmal, glaube ich, rein. Ich habe selten so einen Hass für so ein Level empfunden, wie jetzt gerade in diesem Moment. Selten habe ich so einen Hass empfunden. Oh, und ich muss da erst nochmal rein wegen dem Secret Exit, ey. Wie ich mal darauf schon mal überhaupt keinen Turn haben werde. A Bramble Level. Ja. Ach, äh, super. So, wo soll jetzt hier bitte ein Secret Exit sein? Ich habe keins gefunden bisher. Das geht doch auch gar nicht anders. Wann mal. Ne, warum ist nichts? Ich frage mich ja, was da hinten ist. Ah, Mann. Jetzt habe ich mich gerade so an dem A-Klopf festgeklammert. Dass ich ganz vergessen habe, dass ich auch springen muss. So, jetzt mal ohne Schmuh. Wann, Moment. Wo könnte hier ein Secret Exit? Achso, stimmt. Ah, Moment. Okay. Hua. So, jetzt. Ich habe einen Cape. Vielleicht brauche ich das Cape hier für irgendwas. Ich behalte das jetzt mal. Oh, ist das zum Kotzen. Du kannst hier echt nichts berühren. Ist hier unten irgendwas? Nein. Hier ist doch schon das Ziel. Okay, ich will mal was ausprobieren. Das ist jetzt nur eine vage Vermutung, aber ich möchte etwas ausprobieren. Das Level hat einen Secret Exit. Ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Wenn das jetzt funktioniert, dann denke ich, dann weiß ich, wo das Secret Exit ist. Ja, ist okay. So, wichtig ist jetzt, dass ich meine beiden Items behalte. So. Wichtig ist, dass ich meine beiden Items jetzt behalte. Ich kriege einen Anfall hier. Ja, das wolltet ihr unbedingt sehen, ne? Mafi regt sich wieder auf. Oh, ja, genau. So, hier. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Ist da hinten irgendwas? Aha. Damit haben wir das Rätsel gelöst. Ich brauche den blauen Schalterpalast. Oh, Springboard. Yay. Wo kommen wir jetzt hin? Skyflight. Mhm. The fuck? Oh, geil. Ist das geil. Das ist, ähm, Dings. Aus Super Mario Land für den Game Boy. Oh, mein erstes Game Boy Spiel. Das ist cool. Ach ja, das ist schon wieder so eine penible Scheiße, ne? Das ist cool. Das gefällt mir. Bisher auch nicht wirklich anspruchsvoll. Was? Was? Hallo? Sag mal, irgendwas... Sag mal, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, das Spiel würde mich gerade wieder verarschen. Habe ich das... Hallo? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Was... Was killt mich denn hier die ganze Zeit? Ähm. Ist klar. Kann ich noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter? Ah, okay. Okay, komm, Scheiß drauf. Was tötet mich denn? Hallo? Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Vergiss, was ich eben gesagt habe. Wisst ihr? Ah, so. Ich kann auch keine Gegner irgendwie von hinten mal über... Sag mal bitte, das war's jetzt, ey. Ende? Ja. Fairer, aber anspruchsvoller, aber fairer Schwierigkeitsgrad. Ja, 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 klar, weißt du, was fair ist, dass ich dir diesen Hack auf eine NES-NES-ROM draufschreibe und es dir mit der breiten Seite in den Arsch schiebe. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir beenden jetzt mal hier diese Aufnahme und begehen uns das nächste Mal ins Flying Fortress. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wie auch die anderen Folgen und denkt dran, mir immer einen fleißigen Daumen nach oben zu geben. Ihr würdet mir echt helfen damit. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.